Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 28.06.2022 und unser, ja, Telefonmann vom Vortag, der wurde ordentlich hochgewirbelt, man hat sich dann aber noch perfekt wieder auf den DAX draufgesetzt bekommen und den nach unten geritten. Also, da muss man schon sagen, das war, ich glaube, für beide Seiten. Überraschend, auf der einen Seite für diejenigen, die den DAX vielleicht eher tiefer gesehen haben, dass der sowas von am Morgen dann nach oben losrennt und den Keil quasi noch weiter fortsetzt und für die anderen, die ihn oben haben wollten, war dann doch überraschend, wie tief der eigentlich zurückgekommen ist wieder, weil es war schon ein ganzer Meter, den er dann durchgesetzt hat. Also, da haben wir auch schon andere Tage gesehen im DAX, wo die ähnlich gestartet haben und dann wirklich auf flachem Niveau einfach oben rausgelaufen sind und dann ist er weitergehackt. Die 3.60, die er oben erreicht hat im Top, ist eine wichtige Marke gewesen, ohne Frage. Wir haben auch das Geld zugekriegt und so weiter. Also, es ist wirklich gut gelaufen, er hat das gut gemacht. Hat sich dann aber doch deutlich wieder zurückgelegt. Im Verlauf dieser Bewegungswelle, die wir jetzt nach oben gesehen haben, finde ich allerdings, auch wenn wir uns an gestern zurückerinnern, was war eigentlich die Befürchtung? Wir haben immer gesagt, so unter 1.60, unter 1.50 würde ich nicht haben wollen, wenn er hier startet und er drückt sich direkt nach unten und geht mir unter die 1.50, 1.60 zurück, fände ich das ein bisschen komisch, weil das ihn nach unten eintriggern würde. Dann könnt ihr wieder zurück auf, keine Ahnung, was man gesagt hat in der Analyse, aber bestimmt so 1.360, 1.13.000, 1.12.800, vielleicht sogar. Neues Tief haben wir bestimmt gesagt. Und diese 1.350, 1.160, die ist aber nicht verkauft. Und unsere Erwartungshaltung, oder nee, kann man nicht sagen, unsere Erwartungshaltung nicht, aber unser Risiko, was wir eingepreist haben, war durchaus, dass wir wieder sowas kriegen. Bulliger Keil, Auflösung nach oben, harter Abverkauf nach unten. Jetzt haben wir gesehen, Bulliger Keil, Auflösung nach oben, und dieses ist eher so ein Abflachen. Also der fing dynamisch an und hat dann aber deutlich Bewegung aus dem Timber rausgenommen. Und genau an dem Punkt, wo ich eigentlich auch so sagen würde, na, der drunter, der kann ja dann losrennen. Und genau dort haben Käufer zugegriffen. Ja, und das ist eigentlich, das muss deswegen jetzt nicht zwangsweise wirklich eine Bärenfalle gewesen sein, aber es kann eine gewesen sein. Und sollte das jetzt hier eine Bärenfalle gewesen sein, dass der Markt den nochmal so ein bisschen zurückgezogen hat, dann würde der am Dienstag wahrscheinlich genauso starten, wie am Montag gestartet ist. Der würde einfach wieder sich zurückbuggern. Gleich zum Start wieder hochstellen über die 200, 250 und dann Stück für Stück wieder 360 und eben dann auch 4,45 wieder einholen. Ja, würde einfach hier zack, zack, zack machen. Also wenn der zum Dienstag nach oben losbollert und man sieht, da ist nicht mehr viel von dieser Unsicherheit, die am Vortag da war, dann würde ich dem auf der Oberseite ein höheres Hoch gönnen als am Montag. Würde ich dann auch so einplanen und auch damit rechnen. Ja, einfach weil die Bewegung runter zu, ne, wenn wir gucken, okay, wie viele Kerzen hat er hochzu, für gleiche Strecke gebraucht, waren das 2, runter zu hat er 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kerzen gebraucht für die gleiche Strecke. Also er kommt das erste Mal überhaupt, können wir fast sagen, langsamer wieder zurück, als er hochgekommen ist. Das ist aber keine Garantie im DAX, dass es auch wirklich steigen kann. Diese Sicherheit würde sich erst oberhalb von 13.200 tatsächlich wieder bestätigen. Ja, das heißt, zum Dienstag möchte ich den DAX oberhalb von 13.200 sehen, um nach oben zu performen. Sehen wir das aber nicht. Und er schafft es gar nicht wieder zurück über 13.200. Dann muss man nach unten volles Risiko einkalkulieren. Und volles Risiko einkalkulieren heißt, das kann auch sein, dass wir ein neues Tiefamtdienst nach hier drunter kriegen, unter die 12.800. Wenn der sich jetzt hier weiter runter drückt, weiter runter drückt, unter die 13.100 geht, 13.60 andäuft, auch die 13.60 nach unten fällt, weil wir sind noch im Abwärtstrend. Wir haben noch fallende Tiefs, äh, fallende Hochs. Wir haben fallende Tiefs. Das heißt, nach dem jetzt ja wieder tieferen Hoch, müsste jetzt auch dann ein tieferes Tief folgen. Und deswegen würde ich den, so wie wir das gestern genau so gesagt haben, gestern haben wir gesagt, unterhalb von 13.150, 13.160 wäre ich einfach vorsichtig und würde mich mit Longs auch zurückhalten. Und so würde ich es jetzt zum Dienstag unterhalb von 13.100, unterhalb von 13.60 handhaben. Und auf der positiven Seite, also auf der Longs Seite, werde ich nicht aktiv werden, bevor der nicht wieder über 13.200 steht. Wenn mir das Risiko einfach zu hoch wäre, dass der wieder nur wie die letzten Wochen nach unten wegnippelt und ein neues Tief reinlegt. Ja, dreht er sich hoch, drückt es an und spielt sein bullisches Szenario weiter? Dann gerne, dann gerne. Dann schafft er auch mehr. Aber das würde ich erst sehen. Ja, und von daher, ähm, was, was spricht für aufwärts? Es spricht aufwärts, dass wir eine W-Formation drin haben, also eine, eine Art Bodenbildung sehen. Es spricht dafür, dass wir deutlich stabil uns gehalten haben am Montag und eben nicht so krass abverkauft wurden, wie das hier war. Es spricht dafür, dass wir langsam runtergekommen sind, als wir hochgekommen sind. Aber wir befinden uns immer noch im Abwärtstrend und wir haben noch immer fallende Hochs und fallende Tiefs. Und auch hier ist der DAX leicht abgedreht, flacher runtergekommen, als er hochgekommen ist. Ja, dann kam 100 Punkte abwärtsgekommen, puff, war das alles dahin. Und deswegen kann man hier nur sagen, auf der Long-Seite für mich erst attraktiv, oberhalb von 13.200. Richtung dann wieder 13.300, 13.360, 13.400, 13.445. Ja, so würde ich es handhaben, so würde ich rangehen. Okay. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Wünsche euch dann gutes Gelingen, viel Erfolg zum Dienstag und, ja, mehr kann man nicht besprechen. Das ist es. So sieht's aus. Wird Zeit, dass da jemand wieder wegkommt. Also, ich wünsche euch Spaß. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.